Bonjour, meine Freunde! Was geht ab? Freunde, bevor es aber losgeht mit dem Video, müsst ihr mich auf diesem Foto hier finden. Beziehungsweise meinen Drucker finden. Und wenn ihr es getan habt und ihr gefunden habt, dann müsst ihr ein Like da lassen. Oben links. Somit, border note, border choices, boss tell mit ball machine, meine Damen und Herren. Heute spielen wir wieder eine Runde propan! Und zwar mit dabei heute, Weak Narzisi. Never gonna give you up, never gonna give you down. Heute mit dabei, Schnicking! Ja, Zoom auf mein Gesicht, Jamil! Können wir diesen Death-Sound immer benutzen, wenn jemand stirbt in dem Video? Mit dabei ist Schnickish! Einfach Gary, bist du es? Gary, komm heim! Ich weiß nicht, du bist alles falsch von mir! Ich hab keine Texte geschrieben. Alter, dein Mikrofon! Das Mikro war so lecker, Kid Mave! Oh mein Gott, ich liebe dich dafür! Freunde, ich würde auch mal sagen, wir starten diese Runde neu. Ich fange an zuerst zu suchen und dann werde ich zuerst zu suchen. Okay, Freunde, ich bin Sucher geworden. Das heißt, Jungs, ihr habt eine Minute Zeit, um euch zu verstecken. Nehmt euer Tier und hier sehen wir, was für Tiere man nehmen könnte. Und ich glaube, das ist kein Tier, sondern einfach ein Sitzsack. Aber egal, Freunde, YOLO mit Mayonnaise. Seid ihr versteckt? Einer stirbt jetzt nicht, einer ist versteckt. Echt nicht? Ich komme trotzdem, Digga! Woooo! 2 Minuten Aufnahme! Woooo! Ohne meine Star-Baby! What's up, what's up, what's up? Do not enter! Oh, okay. Es hat gerade gepfiffen. Digga, hier ist eine Hüpfburg! Bro, das war als Kind mein größter Wunsch! Das hat ein Mindestgewicht! Mindestgewicht! Freunde, ich habe vorhin eine Frage-Runde gemacht auf Instagram, Digga. Und da läuft jemand, da läuft jemand im Busch. Da, da, na, wer ist das? Na, wer ist das? Na, wer ist das? Kidman! Ich finde das nicht. Ich finde das, geh weg von mir! Warum bist du zufrieden, du hast das ganze Gras kaputt? Äh? Jimmy, ich hab dich! Dein hast du nicht! Wo bist du hin? Ah! Hallo, Raupi? Raupi? Raupi! Oh mein Gott! Ich bin mir voll smart, als bin ich in dieses scheiß Gras zu gehen und kommt und zerstampft alles. Ey, warum triffst du mich? Ich hab D-King einfach random gefunden, weil ich Budak nicht mehr gefunden hab. Egal, Freunde, wir machen weiter. D-King! Das war unfair! Kidman! Bist du auch ein Raupel? Ja, ja, ja. Ich lass mich gleich ein, Digga. Alter, wie? Ich seh Kidman! Nein! Ach, nein, guck mal hier, hier, hier! Oh mein Gott, ich hab nachher ein OP-Versteckt, falls ich verstecke oder bin. Da war ich vorhin, Digga. Wo seid ihr, Jimmy? Seid ihr in der Prinzessinnen-Prinzessinnen-Area? Jetzt sagt mir das aber nicht. Hä? Oh mein Gott, du bist echt blöd. Warum? Ich sag einfach nur, du bist blöd. Ich bin blöd und blind. Äh, nee, bin ich nicht. Warum bin ich blöd? Das blind ist mir neu. Ich hab den schon sechsmal gesehen und wusste nicht mal, welches Tier der ist. Du hast ihn sechsmal gesehen und du wusste nicht mal, welches Tier der ist. Ja, denn das hattest du mit dem, Budak? Keine Ahnung, ich sag doch, der ist blöd. Hä? Ich bin hier gerade hin und her gesprungen, Digga. Was? Und das Ding ist, alleine am... Ich sag nicht mal was, Digga. Das ist... Budak! 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 Alles ist gut! Der Hüpfburg die ganze Zeit, nur so eben, äh, Hüpfburg, hin und her. Nein! Ich sag sie nicht mal. Oh mein Gott, Bro! Das ist ein Eins gegen Eins zwischen türkischen Brüdern. Guck mal, wir haben uns schon als erstes entdeckt, trotzdem bis zum letzten Überlebens. Abs trotzdem, abs... Absen... Digga! Gras ist verboten, gell? Selber verboten. Du darfst nicht mehr. Illegal in Deutschland. Das ist illegal hier in Deutschland. Wo könnte... Nein! Nein! Wie überlebe ich das ja für Verbet? Fuck, Spray is now available on porch. Purge einfach jetzt. Wo's Budak? Digga, die Spinne ist ja Übel-O-P, Digga. Warum lachst du? Jus, du fett fuck, Nigga. Du fettes Kitzel. Du hast das dumm im Versteck und du hast nicht eins davon geraten. Oh mein Gott, okay, das war eine wilde Runde. Und ich hatte wirklich ein gutes Versteck. Ey, und by the way, ich feiere das übel hart, dass man Abilities hat. Als Spinne kann man so drei Meter springen, so mäßig. Ja, man, unnormal, bro. Ist so. Und Dekking warst du nochmal Benzema als Mord. Okay, Freunde, dann geht's los. Und Burak ist suchender, Dastar. Burak, warte mir mal, ich. Because, okay, okay, was nehmen wir, Digga, was nehmen wir? Wir nehmen den fetten Sack hier. Hab keine Gnade, Headset ist auf drei Millionen. Okay, ich nehm, ich nehm... Oh, man wird in diese Boxen-Teleportation. Ah, echt. Oh mein Gott, okay, let's go. Let's go. Ich sag dir, Rerap. Wenn du mich findest, bist du gut. Walahi. 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 Burak, du wirst mich... Ich schwöre, wenn du mich findest, bist du... Guckst du nach Dekking? Du hast Dekking nicht gefunden. Dekking war aber auch direkt in meinem Spot. Das Ding ist... Ich geh raus. Ich wollte was machen und dann war Dings... Dekking, du bist einfach der Schlechteste. Du bist der Schlechteste. Du bist der Schlechteste. Du weißt, Gras ist verboten, ne, Odumar? Ich bin nicht Gras, Odumar. Ja, ja. Ja, ja. Hast du vielleicht KidMiff gesehen, du Hund? Guten Abend, KidMiff. Hä? Was ist das für ein Ding, man, Digger? Digger, was ist das für ein Mikrofon, was du hast, Digger? Du hast das bei einem Zett, das da unten macht. Ja, das ist mein Bauch. Alle meine Älchen. Burak, hab bestimmt wieder Sound auf maximal... Brauch ich nicht, ich hab einfach Ohren, die krassen... Bro, hackst du? Ja, ich hab Wallhack. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. It's my return! Hä? Wie geht das? Hä? Er hat allein zwei Sekunden... Bro, nein, Burak. Nein. Bro, wie war... Dritte Runde. Burak darf nie wieder suchen. Deswegen, du solltest mich nicht als Suchender nehmen. Ich bin einfach zu krass. Nein, du bist einfach nur... Du machst Sound auf maximal. Nein, Mann. Auch. Okay, oh, Freunde. Jetzt machen wir noch eine Runde. Und diesmal sucht KidMiff. Und diesmal nehmen wir... Ja? Ich bin mal Anschluss Musiker. Red mal nicht so laut. Diesmal nehmen wir das da hin. Das hier und dann schauen wir uns mal an, was hier... Oh, okay, okay, okay. Vielleicht haben wir was. Freunde, wir haben ein Baba-Versteck. Also wenn ich gefunden werde, ohne Witz, du cheatest Achmed. KidMiff, wo hast du released? Da ist er. Und er ist erst mal AFK. Oh, jetzt ist er wieder da. Oh, ich seh dich, KidMiff. Ich seh dich. Ich schwöre, ich hab heute wirklich Hummel im Hintergrund. Ja, du hast heute Risch-Ads. Bisschen, gell? Oha, was ist das für ein Versteck? Oha, ich suche eigentlich schon die heftigsten Verstecke. Ich schwöre, Digga. Oh. Hier ist keiner, oder? Äh, gerade ist eigentlich das aus der Wunde, Digga. Eih, also Wunde. Eih, also Wunde. Eih, also Wunde. Hast du mir mal jemanden dran? Vielleicht. Ima, Mutze, Mann. Mutze, 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 Mann. Es gibt aber nicht viele Sachen, als die man sich verstecken kann. Ja, eigentlich ist das. Also, ich werde sowieso gewählt. Heißt also, du hast Zeitbegrenzung. Drei Stunden, acht und acht und 30 Minuten. Mein Gott, ich hab dir selber Zeitbegrenzung gegeben gerade. Wie viel? Brr. Zehn Minuten. Also hast du nur zehn Minuten, um es zu finden, Digga. So ein Ding ist das nämlich. Egal. Ja, egal. Oh, hast du jemanden? Nee, ich guck gerade noch ein bisschen. Ich hab schon ein bisschen was gesehen, Digga, weil ich verrate ihn nicht. Ah, jetzt hab ich's nicht verstanden. Ich mach Gang-Code und ich sag, ey, Bruder, es ist okay, bleib da. Achso. Der sagt, ey, wenn du wieder beweist, dann du bleibst da. Okay, KidMiff, also du bist jetzt schlechter als ich, Digga. Was ist das denn? Ja, weil ich schneller als du jemanden gefunden habe, als du. Ja, hä, ich hab doch gesagt, ich hab abhin jemanden gefunden, aber ich wollte ihn nicht kennen. Warum nicht? Weil ich nett bin. Aber das ist ja unfair. Ich glaub, ich weiß sogar, wen du gefunden hast. Wen hast du gefunden? Verrate dich nicht, Digga. Erzähl, Burak, gefunden. Kannst du ihn ja selber fragen und dann vielleicht sagt er es dir. Ja, Burak hast du halt nicht gefunden. Was, Bruder? Ja, KidMiff, wie sieht's da aus bei dir gerade, ey? Sieht super aus. Sagst du bei dir schon jemanden, oder was? Ich seh, hier hat noch jemanden. Oh, hier wird gepfiffen, hä? Der nächste? Wirst du gespottet, hä? Nein! Oh mein Gott, er war echt im Gras. Digga, Digging, du bist wirklich... Ich war nicht im Gras. Wo warst du dann? Er war in so einer Röhre. In der Röhre, Digga. In deinem Röhren, Brin, Brin. In mein Arzt. Da muss man sich verstecken. Ich glaub, wirklich keiner von euch ist im Gras. Nee. Willst du das nicht? Geht weg. Oder? Die Bienen. Und man kann's nicht flippen. Oder was ist das denn? Ich pfeife gerade besser. Ey, warte mal. Man kann doch auch in diese Gartenhäuser rein. Oh mein Gott, Achmed, das ist nicht dein Ernst gerade. Ey, kann man da nicht rein? Du bist nicht gerade dein Ernst. Ich verstehe es auch nicht. Ich sag mal so, Achmed, dein Model wurde gerade von meinem geblockt und du hast es nicht gecheckt. Nein! Mein was wurde geblockt? Also dein Model wurde von meinem... Okay, ich hab nur Ghost-Ding jetzt gesagt. Ich hab... Sieh mal, sah nur für mich so aus. Ähm... Sag gerade schon, Digga, hä? 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 Geht aber gar nicht. Hä? Ey, das, was du nicht checkst, hä? Achmed, ich muss auflösen, das tut schon weh. Oh mein Gott, Bro. Hä? Ich dachte, ich werd geblockt, wenn ich da durchlaufe. Dachte ich auch. Das ist aber mehr so los. Hä? Deswegen, ich dachte, ich renne da durch, da passiert nichts. Cringe, Digga. Okay, Freunde. Alle wurden gefunden, außer Dickmann Piqué, Digga. Ja, weil ich keiner suchen will. Du warst derjenige, den ich am Anfang schon gesehen habe. Echt? Ja. Ja, töte mich doch. Soll ich? Weißt du echt, wo ich bin? Komm, ich stehe mal hin, Digga. Du kleiner Hund. Du hast mich zuerst gesehen, hast mich nicht ge... Nein, du bist so ein ekliger, Digga. Run, Forrest, run. Geronimo! Sankedalada! Mein Wooter, mein Wooter! Oder ich guck die Einwohnung dazu, wie du wegkannst. Nein, stimmt nicht. Nein. Nein, du veraimst die ganze Zeit. Der hat dich mit derselben Stelle outmove, Rachenmertz. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Nein, Digga. Aber ey, ich hab ihn krass ausgemooft. Freunde, dafür müsst ihr ein Like dalassen. Kid Miff ist ein Scheißsucher. Und so sieht der aus. Und Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abloh. Checkt auf jeden Fall mal die Jungs. Abonniert mich mit meinem Instagram. Und ich würd mal sagen, bis zum nächsten Mal bei einem neuen Video. Haut rein, macht's gut und tschüss. Ciao.